Ich bin schon groß und fiel, komm doch und spiel mit mir, ich lern dich ein und ich fick dich die ganzen Morgens. Oh Gott, oh Gott. Schau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Was war das denn gerade, Alter? Hast du gerade versucht mitzumachen oder was? Absolut unangenehm. Meine Freunde, glücklicherweise ist Wife HD momentan im Urlaub und hat keine Zeit mit mir vorzuproduzieren. Deshalb habe ich einen viel lustigeren und besseren Kandidaten heute mit dabei und zwar den guten Mo. Viele Leute sollten Mo vielleicht kennen aus verschiedensten Instagram-Stories von mir oder auch anderen Videos. Ich meine, dass man mich nicht von YouTube kennt, war ich fertig. Weiter. Man kennt Mo nicht. Schaut auf jeden Fall auf Mo's Kanal vorbei, dann könnt ihr ihn kennenlernen. Leute, wir schauen uns heute wieder mal gemeinsam YouTube-Kacke an. Ich habe mich natürlich nicht darauf vorbereitet und nichts rausgesucht vorher, weil ich, äh, ja, am besten gebe ich einfach YouTube ein. Hier ist die größte YouTube-Kacke schon mal. Boah, alter, alter, ganz kurz nochmal. Sechs Millionen Dislikes. Dieses Video war auch der größte Müll der Welt, alter, wirklich. Schauen wir mal ganz kurz bei Detlef dreht sich rein. Boah, er hat jetzt ein neues Intro, das ist jetzt so 3D-Effekt. Hast du gesehen? Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Da brauchst du eigentlich auch gar keine YouTube-Kacke daraus machen, weil Nico ist einfach wirklich komplett gestört. Guten Morgen! Guten Mittag! Oh no, guten Morgen! Jaaah! LoL! Was geht ab? Herzlich willkommen hier im... Digger, BTF? Im Cruisember, Freunde! Cruisember, Freund! Die Stimmung hier im Cruisember ist sowas von ange-Cruisember. Was ist das denn für eine scheiß Logik? Heute kommen wir zum Cruisember. Kommen wir zum formatigsten Format. Kommen zu Ende. Als ihren Cruisember-Gäste hab ich heute dabei. Top, danke! Wir werden jetzt gleich... Mann, Alter, was soll das? Spiel vollspielen und du wirst es erraten, okay? Okay. Und du wirst es erraten, okay? Okay. Und du wirst es erraten, okay? Okay. Und du wirst... Ich bin schon groß und fiel. Komm, doch, und spiel mit dir. Ich lade dich ein. Und ich fick dich die ganzen Welt. Kommen! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott, Alter! Junge, Junge, Junge! Bam, zack, zack! Nee. Direkt raus mit Luca, direkt raus. Nächster. Ich liebe es, wie ich den Sitz und den Text nicht kenne. Uchi Gang, Uchi Gangreal Richtig gruselig Junge oh Gott Das ist mein neuer Klingelton Mega top geiler Typ Das ist ja meine Mutter bester der Monke Top, danke Ich tanze für dich wie in den Jeans Und ich zieh Koga Ich tanze für dich wie in den Jeans Junge, ich komm nicht mehr Ich heule schon wieder, Alter Was ist los? Ich sehe nicht mehr So, Strato hat einmal versessen Das war so dieses YouTube-Tagnenwerk Checkt auf jeden Fall Wo es Kanal hat Der ist ganz oben verlinkt Die anderen drei Kanäle Natürlich auch in der Videobeschreibung Die Links davon Ich küsse eure Augen Dankeschön fürs Zusehen Ich gehe jetzt erstmal Deine Augen trocknen Mit dem Föhn Einer Haulerei Bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal